Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Ja, ich bin viel zu schüchtern, viel zu still, viel zu alt, viel zu jung, bin unbeliebt, zu extrem. Jesus braucht dich. Er hat dich so gemacht und vergrabe dein Talent nicht. Dein Leben hat eine Bestimmung. Seit über 75 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Heute geht es um Andersartigkeit. Und das erlebt ihr ja auch selber jeden Tag, dass die Menschen, jeder Mensch anders ist, ein Unikat. Ja, und dass man da manchmal auch an Grenzen stößt. So, wenn man im Alltag so unterwegs ist, dass manchmal plötzlich einer beleidigt ist oder dass mancher einem irgendetwas übel nimmt oder, ja, einfach Dinge passieren, die wir nicht erwarten. Und es geht darum heute, dass Gott eine Bestimmung für dein Leben hat. Und zwar in deiner Andersartigkeit. Du bist etwas Besonderes, anders als andere. Du bist anders als dein Nachbar. Du bist anders als dein Ehepartner oder die Menschen, die um dich herum sind. Und jeder von uns ist ein Unikat von Gott gemacht und gewollt. Weißt du das? Du bist von Gott gemacht und gewollt. Gott hat bei der Schöpfung in allen Bereichen Unterschiedlichkeit geschaffen. Und da habe ich euch ein paar Bilder mitgebracht. In der Natur. Jeder Baum sieht anders aus. Und da fehlen natürlich noch viele, die Tannen und was es da noch so alles gibt. Aber schon da sieht man die Unterschiedlichkeit, was Gott geschaffen hat. Und beim Nächsten in der Tierwelt zum Beispiel, was da für Unterschiede sind. Ein wunderbarer Farbenpracht und klein und groß. Und ihr kennt ja all die Tiere. Aber diese Unterschiedlichkeit, die uns überall begegnet. In der Natur, bei den Tieren und auch bei den Menschen. Wenn wir das sehen, wie unterschiedlich sind doch diese beiden Personen. Und ich glaube auch in ihrer Entwicklung, in ihrer Kindheit total verschieden. Ich denke, dass die beiden einen ganz verschiedenen Lebensweg hatten. Und ganz verschiedene Charaktere. Ganz verschiedene Sichtweisen. Und das begegnet uns in unserem Alltag. Als Adam erschaffen wurde, war er allein. Und das war langweilig. Es fehlte die Andersartigkeit. Und Gott gab ihm ein Gegenüber. Sie war anders. Und Adam freute sich. Und Andersartigkeit bringt auch Konflikte. Es war schon beim Adam so. Die Frau war es. Die Frau, die du mir gegeben hast. Kennt ihr das? Die anderen sind schuld, weil sie nicht so sind oder so denken wie wir. Und jeder, der verheiratet ist, weiß das, dass nicht immer Einigkeit besteht. Viele hätten gerne ihre Ehepartner so umgebogen, wie sie selber sind. Versuche nicht, jemanden umzugestalten, so wie du bist. Es wird nicht funktionieren. Und du wirst nur Frust haben und wirst dich immer ärgern. Niemand muss so sein, wie du bist. Akzeptiere den anderen in seiner Andersartigkeit. Die Erfahrungen und Erziehung unseres Lebens nehmen wir oft als Grundlage, was wir für richtig erachten. In meinem Leben musste ich lernen, dass vieles anders ist, als ich gedacht habe. Und wir legen uns oftmals etwas zurecht aufgrund dieser Erfahrungen, die wir machen. Und sind auch ganz schnell dann am Verurteilen, wenn es nicht so ist, wie wir denken. Und alles, was nicht so ist, wie wir denken, stufen wir falsch ein, oftmals. Und ich musste auch lernen, dass Andersartigkeit nicht falsch ist, sondern anders. Es kommt zum gleichen Ziel, aber anders. Und es gibt immer mehrere Betrachtungsweisen, sowohl in Meinungen als auch in dem, was wir tun. Gott gebraucht Andersartigkeit, so wie wir die Fotos, die Bilder vorhin gesehen haben. Gott gebraucht jeden in dem, was er ist. Anders, als du dir das vorstellst. Und wir denken, der, was weiß denn der schon, wenn etwas nicht nach unserem Wohlgefallen läuft. Und in Wirklichkeit ist es umgekehrt. Was wissen wir schon, was Gott für Absichten hat? Mit bestimmten Menschen oder Situationen? Im Jesaja 55, Vers 8 und 9, da steht, Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege, und meine Gedanken als eure Gedanken. Gott sagt hier, ich denke anders als ihr. Und ich meine vieles anders als ihr. Vergleiche Gott nicht mit deinen Erfahrungen, die du mit Menschen vielleicht gemacht hast. Gott hat die Freiheit, alles zu gebrauchen, auch wenn wir das nicht verstehen. Oder wenn es nicht in unser Denken passt. Wenn es ganz anders ist, als unsere Vorstellungen sind. Und es gab einmal einen Mann, dessen Lebensweise hört sich ziemlich speziell an. Und er war ziemlich extrem. Er lebte in der Wüste, und Gott konnte ihn gebrauchen, obwohl er abwich von allen bisherigen Vorstellungen. Er lief herum mit einem Kamelhaarmantel und aß Heuschrecken und wilden Honig und sonst nichts. Was würdest du über solch einen Menschen denken? Das ist doch ziemlich anders als gewohnt. Weißt du, was Gott über ihn dachte? Jesus sagte, wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Matthäus 11, 11 Johannes der Täufer war anders als alle anderen. Er sah anders aus und er benahm sich anders. Matthäus 3, Vers 4 Er aber, Johannes, hatte seine Kleidung von Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise aber waren Heuschrecken und wilder Honig. Johannes war ziemlich direkt und mutig. Den Pharisäern und Sadduzäern sagte er die Meinung. Matthäus 3, Vers 7 und 8 Das war schon ganz schön heftig, was er da sagte. Wie er da stand mit seinem Kamelhaarmantel und die Pharisäer und Sadduzäer mit ihren feinen Kleidern. Wir können uns das gut vorstellen. Sie waren alle neugierig und wollten sehen, was dieser befremdliche Mensch, dieser andersartige Mensch machte. Und Johannes wies auf Jesus hin, der nach ihm kommen wird. Matthäus 3, Vers 11 Johannes hatte das Vorrecht, den Messias anzukündigen. Er war Wegbereiter in der Wüste. Er nahm kein Blatt vor den Mund und sagte auch dem König Herodes, der damals der Herrscher war, was richtig und was falsch war. König Herodes hatte die Frau seines Bruders geheiratet und Johannes sagte ihm, dass das nicht richtig war. Markus 6, Vers 18 Denn Johannes hatte dem Herodes gesagt, es ist dir nicht erlaubt, die Frau deines Bruders zu haben. Andersartigkeit bringt auch Konflikte hervor. Und so wurde Johannes ins Gefängnis geworfen. Und er dachte vielleicht, warum sitze ich hier im Gefängnis? Ich habe doch nur die Wahrheit gesagt und bin für das Richtige eingetreten. Und nun sitze ich im Gefängnis. Ist es dir auch schon so gegangen, dass du plötzlich abseits sitzt, wie in einem Gefängnis? Hast die Wahrheit gesagt und das Richtige gewollt? Und jeder ist gegen dich? Du denkst, war es das wert? War es wert, mutig zu sein, zu meinem Glauben zu stehen? Die Wahrheit zu verkünden? Das hat vielleicht auch Johannes gedacht. War es das wert? Er fing an zu zweifeln. Habe ich wirklich richtig gehört? Ist das Jesus, der Messias? Als er Jesus taufte, hörte er die Stimme, die sagte, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Er hatte es doch gehört. Und nun war er sich nicht mehr so sicher. Bist du dir manchmal auch nicht sicher, ob es richtig ist, was du tust? Ob es richtig ist, was du gehört hast? Und manchmal fühlt es sich so an, als ob alles aus dem Ruder läuft. Und doch bist du in deiner Bestimmung. Dein Leben hat eine Bestimmung. Manchmal finden wir uns in der Wüste wieder oder fühlen uns wie in einem Gefängnis. Gottes Gedanken über dich sind weitaus höher, als du meinst. Weißt du, bei wem das auch so war? Mose fand sich in der Wüste wieder. 40 Jahre Wüste. Nach seiner Ausbildung am Königshof hat er sich sein Leben bestimmt anders vorgestellt. So wie wir das oft auch tun, wenn wir jung sind. Wir haben Pläne für unser Leben. Wir stellen uns bestimmte Dinge vor, die wir haben möchten oder die geschehen sollten. Und nachher kommt es ganz anders. Mose war anders, Königssohn, doch Gott hatte eine Bestimmung für sein Leben. Eine ganz andere Bestimmung, als Königssohn zu sein. Er führte ihn in die Wüste. Und dort bekam er die Ausbildung, die Gott für ihn vorgesehen hatte. Und auch die Bestimmung, die Gott für ihn vorgesehen hatte. Auch bei Josef war es so. Er war anders. Schon von Kind an waren seine Brüder neidisch auf ihn. Er hatte Träume und Visionen. Und er erzählte das auch seinen Brüdern, seinem Vater. Und letztendlich landete er im Gefängnis. Und ich glaube nicht, dass er verstanden hat, was da passierte. Er, der angesehene Sohn, geliebt vom Vater. Und jetzt plötzlich sitzt er im Gefängnis. Er war einige Jahre im Gefängnis. Und da hat man viel Zeit, um nachzudenken. Aber Gott hatte eine Bestimmung für sein Leben. Er hatte einen Plan. Und Gott hat auch für dein Leben eine Bestimmung und einen Plan. Und du denkst vielleicht, jetzt geht es nicht mehr weiter. Du bist in einer Sackgasse. Fühlst dich in einer Sackgasse. Und das hat Josef wahrscheinlich auch gedacht, als er von den Menschen im Gefängnis vergessen wurde. Denen er geholfen hat im Gefängnis, haben ihn einfach vergessen, als sie draußen waren. Und wenn dein Leben anders verläuft, als du es dir vorgestellt hast oder denkst, oder anders als das von allen anderen um dich herum, sei dir gewiss, Gott hat einen Plan für dein Leben. Und Gott hat eine Bestimmung für dein Leben. Und seine Gedanken sind höher als deine Gedanken. Und das, was du meinst. Geh deinen Weg. Lass dich nicht abbringen und geh deinen Weg. Bleib nicht in der Wüste oder im Gefängnis sitzen und denke, das ist das Ende, sondern geh weiter. Lass dich nicht entmutigen. Gott ist mit dir. Die Geschichte von Johannes ist noch nicht zu Ende. Johannes sitzt also im Gefängnis und zweifelt, ob er richtig gehört oder gesehen hat. Johannes schickte zu Jesus, um Klarheit zu bekommen. Und Jesus sagte, berichtet ihm, dass Blinde sehen, Lahme gehen und Aussätzige gereinigt werden, Taube hören und Tode werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Und Johannes wusste, ich bin in meiner Bestimmung. Ich habe richtig gehört und gesehen. Laufe in deiner Bestimmung, in deiner Andersartigkeit. Denke nicht, Jesus kann dich nicht gebrauchen oder dein Leben ist nichts wert. Auch wenn du solche Gefängnismomente hast. Wenn du darüber nachdenkst, ob das Sinn macht, was du tust. Andere erleben Jesus und ich sitze da. Andere sind viel besser als ich. Andere sind viel klüger. Zweifel, negative Gedanken. Ja, ich bin viel zu schüchtern, viel zu still, viel zu alt, viel zu jung, bin unbeliebt, zu extrem. Nicht gut genug, bin zu kompliziert, kann nicht gut reden, habe keine Geduld. All diese Dinge. Der Teufel klagt uns an, bis wir es glauben. Du bist nicht falsch, genauso wenig, wie Johannes falsch lag. Auch wenn du extrem bist, lass dich nicht einschüchtern. Vielleicht ist dein Stil auch Kamelhaarmantel und seltsames Essen. Jesus braucht dich. Er hat dich so gemacht und vergrabe dein Talent nicht. Dein Leben hat eine Bestimmung. Johannes hatte die Aufgabe, Jesus groß zu machen. Und er war Wegbereiter. Er war direkt und er war mutig. Und Jesus lobt Johannes vor allen Menschen. Matthäus 11, Vers 10 und 11. Denn dieser ist es, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein Größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Der Kleinste aber im Reich der Himmel ist größer als er. Wenn du auch denkst, du bist der oder die Kleinste, Unscheinbarste, dann kannst du dich hier einreihen. Du wirst gebraucht in deiner Einzigartigkeit, in deiner Andersartigkeit. Gott gibt unscheinbaren Menschen einen Auftrag. Oder auch Menschen, die aus dem Gewohnten fallen, anders aussehen, sich anders benehmen. Wichtig ist, dass sie Gottes Bestimmung für ihr Leben erfüllen und ausführen. Viele davon werden nicht berühmt und nicht bekannt, aber sie haben ein Stück weit die Welt verändert. Menschen, die auf den Knien für andere beten. Menschen, die dorthin gehen, wo niemand hin will. Menschen, die auf Gott hören und Gottes Auftrag ausführen. Höre auf dein Herz, was deine Bestimmung ist. Am schwierigsten ist es, wenn wir auf andere Menschen hören. Das bringt uns oftmals weg und macht uns unsicher. Johannes hat auch gezweifelt, ob Jesus wirklich der Messias ist. Und Jesus sagte, erzählt ihm, was gerade passiert. Blinde sehen, Lahme gehen, Tote stehen auf. Und dann war alles klar. Höre, was Jesus sagt. Dann kommt Klarheit. Das, was in seinem Wort geschrieben steht. Nicht das, was andere zu dir sagen. Bist nicht gut genug, hast diesen und jenen Fehler gemacht. Zu jung, zu alt, du bist nichts wert und so weiter. Jesaja 43, Vers 1. Aber jetzt, so spricht der Herr, der dich geschaffen, Jakob. Und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Glaubst du, dass Jesus dich erlöst hat? Und dieses Wort war damals für Israel. Und es gilt auch für uns, weil wir zu Israel gehören. Er hat dich geschaffen. Er hat dich gebildet. In deiner Einzigartigkeit. Er kennt dich. Er hat dich bei deinem Namen gerufen. Und er hat eine Bestimmung für dein Leben. Johannes 10, Vers 27 und 28. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie. Und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Niemand kann deine Bestimmung ändern. Jesus konnte und kann jeden gebrauchen. Den stürmischen Petrus. Vielleicht bist du auch so einer, der zuerst macht und dann nachdenkt. Er war auch extrem. Immer schnell und immer vorne dran. Oder der hochgebildete Paulus. Der alles so exakt auf die Reihe bekam und scharf nachdenken konnte. Oder den Thomas, der alles erst bewiesen haben musste. Das muss ich erst prüfen, war seine Devise. Oder den Johannes, der so sehr die Nähe von Jesus suchte, dass er immer vorne dran an seiner Seite war. Ganz unterschiedliche Charakteren. Und all die anderen, die so verschiedenartig waren um Jesus herum. Andersartigkeit bringt auch Konflikte. Die Jünger waren sich auch oft nicht einig. Wisst ihr, dass Petrus und Paulus auch gestritten haben? Galater 2, Vers 11. Könnt ihr es nachlesen. Sie alle hatten Emotionen und verschiedene Denkweisen. Wichtig ist, dass wir unsere Bestimmung erfüllen. Jeder die Seine. Und dass wir andere akzeptieren können, auch wenn sie anders denken oder emotional sind. Die Menschen um Jesus herum waren alles andere als Hypermenschen. Gott braucht keine Überflieger. Er braucht ganz normale Menschen, die ihre Bestimmung erfüllen. So wie du. Mit allen Unterschiedlichkeiten. Du hast eine Bestimmung für dein Leben. Und wenn sie dir auch noch so klein vorkommt. Du kannst in Gottes Augen nichts Größeres tun, als deine Bestimmung zu leben. Das, was Gott dir aufgetragen hat. Was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Was Gott in dein Herz hineingelegt hat. Du kannst nichts Größeres tun, als das auszuführen. Und egal, wie groß oder klein das in deinen Augen ist. Für Gott ist das groß. Und du wirst hundertprozentigen Lohn dafür erhalten. Amen. Hol dir unser Magazin nach Hause. Natürlich kostenlos. Das und noch vieles mehr findest du auf missionswerk.de. Wir freuen uns auf dich.